wir müssen auf jeden fall eine veranstaltung machen um diese disco abzuschließen weil so eine richtige geile porno disco würde ich gerne später aufbauen wenn sie wenn wir die größere haben so bin aber auch erst mal wieder weg bis später vielleicht doch zu seiner abführlichen dank dass du da warst und dir einen schönen tag noch so zum 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 ich stelle mal auf zwei geschwindigkeit oha flu es gibt heute noch ein gewinnspiel dafür brauchst punkte hättest du die jetzt alle verzockte jetzt nachher gesessen gegebenenfalls muss sie mal lieber dd 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 Dank. Deswegen habe ich mir welche gemacht. Ja, das interessiert. Damit ich lange da bin auf Arbeit. Oh, du hast doch ein bisschen Zeit. Hast doch ein bisschen Zeit reinzugucken. Kenny, Dankeschön für 150. Vielen, vielen lieben Dank, Kenny. Dankeschön. Ich habe die Uhr auch im Blick, also ich kann auch selber sehen, wenn irgendwas nicht klappen sollte. So, was will er denn? Ein Wait. Boss. Zombie. Zack. 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 And you are dying. Schon gesehen, ja? Mach die gleich beides? Ja, sehr gut. So ein Minispiel. Das passt. Mal kurz auf Stufe 1 hier gehen. Oh, das mit der Zeit ist krass. Aber ist auch gut, dass es nicht zu schnell geht, ne? Kaputter Lautsprecher. Eieieieiei. Wir haben keinen Techniker. Nur selber machen. Wir sind alles. Wir sind kaputt. Kaputte Toilette. Alter, 25 Sekunden. Musst du da jetzt draufgedrückt lassen, das Fingerchen. Warte mal. Machen wir so. So, bis heute Abend oder so. Musst weitermachen. Habt viel Spaß und immer lieb zueinander sein. Bin immer lieb. War nähter. Ja. Flu, ich wünsch dir was. Beruhigen Tag noch dir. Ach, das geht nicht. Das geht nicht, wenn du auf Pause hast. Clever. Aber es gibt einen betrunkenen Kunden. Hört ihr den auch manchmal auf? Mach hin. Ich will den betrunkenen Kunden sehen. Oh, Mann. Okay. Also, Gate macht mich aber relativ gut, finde ich, ne? Was ist das? Disco Level. Okay. Disco Upgrade. Erforderlich. Ähm. Basis Disco. Wir können jetzt. Ah, okay. Ausstattung. Eine Bühne. Was ich auf den überhaupt noch brauchen dann? Die brauchen wir doch quasi denn gar nicht mehr. Dann müssen wir noch einen DJ einstellen, ne? Ah, ne. Das ist ja denn beim Event. Okay. Mitarbeiter. Also, gibt du Barkeeper oder Türsteher? Bodyguard? Okay. 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 Da brauchen wir 250 Punkte da und 500 da. Um ein... Okay. Oder 150 für Bujira. Erik oder Laura. Okay. Oder es gibt halt noch mehrere. Aber der Brosten Update wie dafür. Okay. Mhm. Okay. Hätten wir die noch gar nicht bauen brauchen, glaube ich, ne? Ja. Na ja. Das ist nicht so wild. Mal, äh, drehen. Ähm. Bewegen. Hier, warte mal. Ich stelle den hier rein. Den stellen wir hier rein. Der kommt hier hin. Der kommt dort... Dorthin. Machen wir immer so eine... Genau so. Verkaufen wir. Fisch. So. Die Stühle sehen auch einfach alle kacke aus, ne? Für den Disco. Machen wir da einen hin. Und... Und... So. Ja, jetzt ist 37 erwartete Anzahl an Kunden. Wir können da oben auch noch mal so einen Stuhl machen. So. Äh, zeig mal ganz kurz die Tanzfläche. Was haben wir denn da Schönes? Okay, das ist jetzt nicht so geil, ne? Wir hatten ja die, ne? Wechseln Farben? Achso, wechseln. Achso. Okay. Was ist mit dem? Ah, wir lassen den ruhig. Ist egal. So, machen wir noch was. Pflanzen. sind aber auch sehr sehr mau diese plakate sehr klein die lautsprecher waren vorhin einfach nur nicht gedreht direkt über den kopf müssen wir sie jetzt nicht hängen da geht es nirgendswohin achso hier drehen ich mache die musik mal ein ganz kleines bisschen leiser so ok 38 erwartete kunden den anfang machen wir etwas schneller also die dj bühne wird nur benutzt wenn event ist du kannst jetzt keinen über sie den dj einstellen der quasi jeden abend auflegt wie es aussieht hast du wieder kaputt 25 sekunden du musst wirklich kann sein dass er automatisch anhält einmal ticket verfallsdatum passt geburtsdatum ist doch noch keiner wie der name passt aber auch nicht also immer auf volle geschwindigkeit kannst du gar nicht stellen ist das von dieser gewollt dass mit überall im raum musik zu hören ist es ist gewollt ja ich habe jetzt gerade aktuell da oben zwei lautsprecher und da in der mitte den lautsprecher erst mal ruhig anfangen ich will eigentlich nur auf das event hin weil wir müssen hier ein event abschließen um die disco zu beenden dann können wir eine größere disco die kann man dann auch ein bisschen ordentlicher einrichten aber ich weiß gar nicht wie ist das mit den upgrades bleiben die dann wahrscheinlich nicht wahrscheinlich brauchst du die pro disco immer neu ach verstoffte toilette macht doch sie sie auch könnten man vielleicht auch noch mal zwei einzelnen türsteller noch mehr einstellen weil das gehen ja schon wieder schlange berauschter kunde naja komplett berauschter 34 ok ich muss security einstellen die brauchen ja auch immer im bereich denn auch immer platz weg danke schön bei tiktok für die likes ruht wie weniger oft ticket geburtsdatum höchstens weit herr ist soweit name des vaters gibt name sum sum zurückgelassenes kleidungsstück verschütteter alkohol verschütteter alkohol aktualiser unzufriedende kunden verärgerte kunden sagt mal warum bringt für eine kürzere zeit warum ist jetzt verärgert da war eine flasche oben vielleicht weil er zu lange auf sein getränk warten musste auf jeden Fall machen wir immer gutes geld eigentlich Boden ich mach mal Toilettenfußboden so das sind nur die warteschlange wo die leute stehen ok du kannst auch anzeigen wo die sich anstellen sollen ah und also ok 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 stop ok ok so security bodyguard mit der disco da kannst du ja auch einen raum machen aber es ist sowieso schon sehr klein hier und 42 und ein türsteher würde ich vielleicht noch nehmen ich gucke mal wie sich das hier verhält und dekoration und vielleicht noch eine barkeeperin oder ein barkeeper aber kriegst du nur einen hin okay der müssten wir theoretisch eine andere bar bauen aber es gibt keine andere bar müssen wir erst level erhöhen okay passt soweit erstmal starten mal durch zwirbeln was ging es an hier mal durch 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 mal durch